Herzlich Willkommen zu unserem Video. Wir kommen aus der 2er WIC. Ich heiße Anja, Ola, ich heiße Lekir. Bonjour, ich heiße Karolina. Hi, mein Name ist Nicole. Die WIC ist die Biligale Handelsakademie und das heißt, dass der Unterricht zu 50% auf Deutsch und zu 50% auf Englisch stattfindet. Warum sind wir anders aus der normalen Business School? Weil wir die Biligale Programme haben, wir haben unsere Sprache in Englisch. Und in der 3. Jahr haben wir eine 3-Week-Werk-Placement in Englisch oder Ireland. Wie ist die Übersetzung? Wir haben zwei Übersetzungen in der Übersetzung. Der erste ist ein Englisch-Native und der andere spricht Englisch. Normalerweise machen sie die Übersetzung zusammen, aber manchmal sind sie die Übersetzung in der Übersetzung. Und weil wir die Übersetzung für die Übersetzung haben, haben wir halb unserer Übersetzung in Englisch. Welche Fächer gibt es? Es gibt Unternehmensrechnung und Controlling, da geht es um Buchhaltung. Betriebswirtschaftslehre, da geht es um Unternehmensgründung und Entscheidungen treffen. Besinnigkeitsbildung, da geht es um deine soziale Kompetenzen und Präsentationen. Office Management, da geht es um Word, Excel und Zehnfingersystem. Und dann gibt es noch die Standardfächer wie Mathe, Turnen, Naturwissenschaften, Deutsch. Und bei den Sprachen kannst du zwischen Französisch und Spanisch wählen. Du musst nicht perfekt Englisch sprechen, wenn du zur Schule gehst. Du kommst hier, um es zu lernen. Und es wird es leichter von Jahr zu Jahr. Auch in fünf Jahren wird dein Englisch perfekt. Natürlich ist der Billingwollezweig etwas anspruchsvoller als der normale. Und der eine oder andere muss vielleicht etwas mehr lernen. Jedoch zahlt es sich auf jeden Fall aus. Und besonders für ehrgeizige Personen ist der Zweig sehr empfehlenswert. Der Schulabschluss und die Ausbildung wurden im Leben gefangen. Und ich bin sehr zufrieden mit der Schularbeit. Egal welche Lehre ich jetzt hatte, sie haben mich immer weitergeholfen und mich unterstützt. Und auch wenn ich irgendwelche Fragen habe, haben sie mir viele Fragen. Ich empfehle die Schule zu allen, besonders das Bilingual-Programm, weil sie die Arbeitsplätze in dem 3. Jahr haben. Und das ist eine sehr gute Lebenserfahrung. Und man lernt auch viele Dinge für das Leben. Mir gefällt die Schule auch sehr gut. Da es auch Freigegenstände gibt, bei denen man Zertifikate erhalten kann. Wie zum Beispiel Peer-Learning, wo du freiwillig anderen Schulern Nachhilfe gibst. Oder Peer-Mediation, wo man lernt, wie man in Streit umgeht. Ich empfehle die Schule, weil das Englisch ist eine sehr wichtige Sprache. Und du sprichst es rund um die Welt. Danke fürs Zuschauen. Und wir sehen uns nächste Jahr. Bis zum nächsten Mal.